Das hier ist wirklich mal ein Labyrinth, muss ich jetzt echt mal sagen. Das ist so hektisch. Das wird bestimmt ganz einfach irgendwie. Gehen wir mal noch einen nach unten. Da ist noch einer. Ah, du willst kämpfen. 100% Meine Pokémon erwartet dich. Ne, mein Pokémon. Das heißt, er hat nur eins. Oder war das nur eine falsche Übersetzung? Oh, er hat nur eins. Ein Elektroball. Das war kein Dab-Dab-Dim. Äh, komm hier, mach mal Flugeschlag. Ey, das ist so dumm. Du hast nur ein Pokémon und machst Finale. Ey. Das geht einfach nicht in meinen fucking Kopf rein. Du schwächliches Pokémon. Mist, ey, du bist so dumm. Dab-Dab-Dim. Hallo. Hilf, ich habe Angst. Ja, schön. Ich, äh, nicht. Äh, Moment. Okay. Ich dachte gerade, da könnte man von unten drüber rüpfen. Bei dem ist nicht so. Wer bist du? Auf diesen Moment hat der Boss sehr lange gewartet. Auf den wollen wir auf jeden Fall noch nicht. Ich bin so verwirrt. Okay. War hier noch einer? Somewhere. Vielleicht da rechts noch. Das kann natürlich auch sein. Äh. War hier oben das? Nee. Ah, hier waren wir auch noch nicht. Guck mal. Ah. Ein Kind im Gebäude? Ein Hund im Büro? Das musst du sein. Ein Sandal? Ist ja sehr, äh, mal was anderes. Nehmen wir mal den Dave. Ähm, Fußgick. Ja, toll. Jetzt bringt das auch noch sehr viel, weil jetzt geht es sowieso daneben. Oh, Mann. Der ist so anfällig dafür, ne? Aber geht ganz gut. Komm, es hat die Hälfte abgezogen, obwohl das dann da ein Level höher ist. Nicht töten, nicht töten. Dankeschön. Sehr geil. Das ist ein Damer, das ist die Weiterentwicklung. Wie sieht denn das nochmal aus? Ach so. Das mag ich nicht so. Hm. Och. Das ist echt so anfällig. Oh Gott. Ist es jetzt tot? Ja. Ist es jetzt tot? Äh, Sondra, Shen vielleicht? Äh, ein bisschen Konfusion? Ne. Nicht so geil. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist Shen sehr anfällig jetzt für die Attacken. Komm mal hier, wir haben einen Schlafpuder. Das hat keine Wirkung. Schade. Nicht vergiften. Ist hier effektiv. Ist alles nicht so geil. Auf jeden Fall kann man bei denen, glaube ich, so Pikachu-Sachen total vergessen, so Elektro-Zeug. Wie gesagt, mir fehlt halt irgendwie ein Wasser-Pokémon. Na toll. Ich habe verloren. Ja. Aber die Türöffner hast du mich, ne? Geh nach Hause, bevor mein Boss nicht im Boden stampft. Mö, 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 mö. Okay. Da war aber dann da unten noch einer. Und hier ist auch noch einer. Wie wär's mal auf den hier? Ne, hier waren wir auch noch nicht. Ne, doch, hier waren wir wohl schon. Ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht, denk auch mal an die Elemente. Ja, ja. Ich versuch's ja. Ach, Junge. Waren wir hier schon? Oh! Was ist los mit dir? Zur Hilfe! Nein, bitte nicht! Du bist gar nicht von Team Rocket! Ich dachte schon, es ging hier zu Ende. Nimm das hier! Oh Mann, warum ist es denn nicht hier die Türöffner? Was ist denn hier im 36? Ja, ich könnte die Frau auch fragen. Finale Attacke. Eine verheerende Attacke, aber das Pokémon, das sie ausführt, scheidet aus. Oh, dieses Fliegevieh hier! Das neben dem Bett versuch ich gleich mal, aber ich versuch jetzt erst mal, das da unten. Gut, hat sich das auch erledigt? Oder führt das... Ne, das führt nicht woanders hin. Ne, hier waren wir schon. Oh Gott, ey, ich weiß noch gar nicht, wo muss ich denn hin hier? Hier war ich schon mal. Oh Gott. Oder ist hier links noch eine? Ja. Oh! Team 9. Was ist das? Bodycheck. Das ist was für Dave. Mann! Ich will jetzt hier mal weiterkommen. Ich bin jetzt seit zwei Stunden in diesem dummen Gebäude drin. Warte mal, was ist denn, wenn ich... von hier aus in den zehnten Stock fahre? Ach, schade. Ich dachte, ich käme irgendwo anders raus. Ach, verdammt. Waren wir hier schon? Ich irre hier rum. Oh. Hilfe, ich habe Angst. Hier waren wir noch nicht, oder? Die Türen sind elektronisch verriegelt. Ohne Türöffner kommt man nicht durch. Oh, ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Nicht. Fuck, man. Weil hier neben war ich noch nicht drin. War hier noch irgendwo was? Wir hier schon? Nee. Nee, hier waren wir noch nicht. Schön. Hilfe! Ich bin ein Mitarbeiter der Slifco. Nein, bist du nicht. ein Slimer. Ist das gut? Ich glaube, ich habe immer versucht, also ich wollte es versuchen, aber, ähm... Er war denn jetzt mal tot, glaube ich. Smog Morg. Okay, Shen muss ran. Oh, die hat aber nicht mehr viel. Sehe ich gerade. Okay, Shen. Bitte one hiten. Please. Nurse is. Nurse is. Ach, dieser Fitzel. Nein, nicht vergiften. Nicht vergiften. Nicht töten. Ähm. Dann nehmen wir den Dennis. Passt vielleicht auf die nächste Pokémon. Pokémon. Das kommt. Mal ruckzuck. Dennis reicht. Ja, der wird 32. Noch ein Smogon. Nee, Dennis bleibt mal draußen. Oh. Hm. Ach. Leute. Warum? Warum? Nee, Dennis bleibt jetzt draußen. Ist eh schon vergiftet, von daher. Kann ich jedes Pokémon Finale erlernen? Alter, was ist denn los? Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wie ich gegangen bin. Ach, scheiße. Nicht vergiften. Ne, müsste ich... Dürfte nicht... Ja, gut. Muss ich mir gleich einen Rückweg irgendwie merken. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Weil du mich angegriffen hast, Penner. Ist hier ein Türöffner? Ne. Scheiße. Mann! War es doch nicht der richtige Weg. Und jetzt... Ich gehe mal nach unten, so langsam. Da waren wir. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch ein Item. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Ah! Ah! So. Ich bin ja auch ein kleines Dummerchen. Ist das jetzt die Türöffner? Ah! Ah! Bingo! Sind jetzt alle Türen offen? Ah! Bingo! Die. 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 Äh! Tm3! Und dass will ich jetzt auch wissen, was das ist. Ähm. Ganz unten. Schwert-Tanz. Alles klar. So. Wir gehen jetzt aber nach ganz unten wieder. Wir haben jetzt einen tollen Türöffner. Oh Gott. Laden jetzt unsere Pokémon auf. Es hat heute wieder richtig Bock gemacht, hier aufzunehmen. Letztes Mal war, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, da hat sich die Zeit irgendwie ein bisschen gezogen. Aber heute war wieder richtig cool. Es war zwar nur ein Gebäude, was irgendwie mega an sich eigentlich voll langweilig war. Aber irgendwie hat es Bock gemacht, keine Ahnung. So, wieder heilen. Ihr könnt mir ja irgendwie sagen, ob ich irgendwelche TMs verballern kann. Jetzt tun wir noch unsere Tasche wieder ein bisschen leer machen. Weil ich denke mal, wir werden jetzt noch einige, einige Items bekommen. Und dann wäre es natürlich blöd. Nein. Jetzt habe ich das fucking Fahrrad abgelegt. Und das Fahrrad, weil die Stimme war gerade ganz lustig. Das Fahrrad, oh, fünf Sonderbonbons und ganz viele TMs. Ah, wirklich viele TMs. Vorflöde, Kanzi, Fahrrad, da. So. Okay. Dann werden wir bei der nächsten Aufnahme, auch wir nehmen schon 17 Stunden. Ach du heilige Scheiße. Wir haben erst drei Worten. Das nächste Mal werden wir dann mit dem Türöffner die ganzen restlichen Türen öffnen. Und dann hoffentlich an dieses Hauptbüro ganz oben im Gebäude kommen. Und da den Boss von Team Rocket irgendwie besiegen. Ja. Gut. Dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Und dass wir uns beim nächsten Mal vielleicht wiedersehen. Tschüss.